auf geht's motivation hier motivation eine motivation jetzt ist das erste game für heute stein seiner hochgerannt ich kann mich mal ganz oben einer ist am stein er hat schon richtig dem anderen habe ich richtig gedrückt wo es wieso wird mir das nicht angezeigt what 82 in zwei Äh Äh, ich bin mit dringend gefasst Bombadon Ja komm Da ist mittlere Etage irgendwo oder im Haus drin Ich bin jetzt am Holzstapel draußen Und der ist irgendwo im Haus, ja Er hat, äh, 60 und 4 Also die Bombe liegt ja an der Tür unten Ein-Hit Ich kann auch noch neid schaffen Hast du deinen Shit wieder War nicht meine Okay, bestimmt Einer ist Bot Boot unten Boot Push, push, push Push, push, push Throw in Flashbang Einer war wieder am Stein außen Kann sein, dass beide außen gehen Hm, ich glaube das war außen, oder? Ach, der andere ist auch außen Also, da am Stein war der T-Seite den Der Uuuuups Uuuups Hääääähä Hopp ich habe nach aber und ist weg ja ich habe eine hoch und steuern kommen es kommt ab wo sind die außen eines haus unten wo einer ist außen bei mir am stein hab ich naja das war eine echo willst du die doors abämmen ich mach dir die doors auf und dann aimst du rein also unten die door geh ich ein bisschen weiter hinter auch gefährlich hier ne ist keine kannst rein oh jetzt aufgang vorsichtig alter die nate kann ich mal aufheben es kann sein das außende kommt hinten am stein oh bomb ist da und dies genau in meinem blick fällt also die kann er eigentlich nicht holen ohne mich zu killen ich gehe mal ins haus nach oben ja oben minus 37 oben im haus gewesen jetzt geht er runter der war stand die ganze zeit oben im haus ganz oben ja oder sieht mich von hier nicht ja oder er messe dich von hinten hat er dich hatte hat dich denn irgendjemand gesehen nein nein was ich wüsste hoppala hoppala ich bin hässlich jetzt geht er rein hinter dem geländer ja naja ja dann machst du es halt mit der 5-7 man oh man dass ich den eben nicht getroffen habe peinlich egal tot willst du mal lieber den meister avp spielen lassen oder was ok komm da mussten wir diegel dazu ich geh mal scheune mach das oh sind beide irgendwie am haus gewesen Leute Wollen bedauern zweite war auch nicht weit weg ah minus 38 weil wir einfach dreist in der pflanze sitzen go plant nennt sich das go plant nennt sich das warte da irgendwo hm da da ähm bist du da warm das muss besser werden als letzte runde da wird der move ey einfach schön in der pflanze sitzen äh die sind schon oben im haus ja oder hä hab auf jeden Fall was gehört der andere ist auch unten beim boot hat ak das gesehen ja du hast ihn gesehen du stehst aber auch offen wie ne zielscherbe aber der erste war doch richtig eigentlich schon drauf naja mal wieder bestimmt die glasscheibe dazwischen deswegen hat er zu wenig damage bekommen das stimmt sogar wirklich ne das macht weniger schaden wenn du das glas schießt ja macht ja auch voll sinn ja ja Panzerglas jetzt komm direkt rein oder was komm direkt rein oder was ja einer kommt aus oh ich hab ihn nicht gehittet ich weiß wo der war nein ja also ich war genauso irgendwie behindert drauf aber ja die die ja 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 das alle nach die 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 Geht doch, 9-1, ey. Kaum schöne Widerleg. Ja gut, aber man muss auch echt sagen, ich weiß nicht, was das für Gegner sind, ey. Eben gerade hat der einen Spieler alleine gegen uns durchrasiert. Und ein Win, beziehungsweise eine Niederlage hat uns irgendwie so mega runtergestuft, oder was? Das heißt, hier mega, das ist ein Rang. Ja. Und jetzt, Feuer. Ja, du willst ja immer nur weitermachen. Ich frag dich, mir ist egal, ich bin eh mal. Ja, dann lass uns noch eins machen. Okay, auf Kabelstau.